Hallo Leute, herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider, Skara mit dabei, wie versprochen, wir haben damals schon den ersten Teil zusammengezockt und jetzt wollen wir natürlich gerade, naja, halbwegs frisch neu rausgekommen, um zu comply, ihr kennt schon aus Skyrim, wir hatten einfach keine Zeit. Wir haben es natürlich vorbestellt, brav, wir hatten es auch wirklich sehr pünktlich da. Einen Tag vor Release sogar, aber leider sind wir nicht einen Tag vor Release dazu gekommen. Das ging einfach nicht, ne? Stell dir einfach vor, das Spiel ist gerade rausgekommen. Alles, genau, genau. Stell dir einfach vor, wir wären pünktlich gewesen. Der nächste Morgen, wir sind pünktlich. Und damit starten wir auch direkt mal rein. Drück Start, das ist Start, genau. Ich weiß, was startet, stell dir vor. Wir spielen es auf der Xbox One. Genau. So, und wir sind auch schon angemeldet, einfach ein neues Spiel und ein leerer Spielstand. Wie ihr seht, wir haben auch noch nicht mal reingedestet. Ja, reingetestet. Wir sind hier komplett frisch. Weißt du was? Nimm den Standardmodus, weil es muss nicht zu viel sein. Lass mich trotzdem mal lesen. Abenteuer ist halt wirklich wahrscheinlich nur Story, ne? Das ist halt ausbalanciert. Zielhilfe im Kampf ist deaktiviert, das finde ich gut. Ja, aber ich mag es gerne wirklich, selber zu zählen. Normale Gesundheits-, außerhalb des Gesundheitsregionen, keine haben mehr Gesundheit und Schaden, keine haben geschärfte Sinne. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Laura. Nimm meine Hand. 1 4 4 4 5 5 5 5 6 schon an. Ich finde das eigentlich ganz... Also am Anfang habe ich gedacht, oh nein, Untertädel. Ah ja. Wow, das ist schon ganz schön realistisch. Du merkst den Wind wirklich an den Fingern durch die Vibration im Controller. Das war das, worauf ich gesucht habe. Diese Brumm-Brumm-Dinger im Gebraten. Jetzt ist es aber gut. Kann man jetzt schon runterfallen? Echt? Weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du musst am Sound noch mal ein bisschen runterschrauben. Es ist wirklich sehr laut. Ich höre dich schon. Das beantwortet meine Frage. Es geht schon richtig los. Oh je. Okay, wie gesagt, man wird gleich richtig ins Wasser geworfen. Aber wir haben es hier sehr laut. Wir müssen gleich den Sound runterdrehen. Und schon verkackt. Oh scheiße. Da bist du soweit gesprungen. Ja, warte, dann mach mal eben, weil sonst verstehe ich dich wirklich nicht genau auf Optionen. Ja, es ist super laut. Das haben wir so nicht erwartet. Da, Vibration. Du hast schon richtig. Musiklautstärke etwas runter. Dialoglautstärke lässt du voll. Etwas runter. Da, da, da. Das ist so fast schon viel. Ja, ich weiß. Das geht hier echt gerne. Guck, du nimmst es einmal. Ja, ich sehe es. Und Soundeffektlautstärke gleich laut wie die Musik einfach. Manchmal lauter so. Ja, ist okay. Weil ich finde, sonst ist es meistens und sonst zu wenig. Okay, dann schauen wir mal. Ja, viel angenehmer. Ja, jetzt kann ich den Daniel auch verstehen neben mir. Okay. Äh, zwischenzeitlich fand ich es gerade ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Hier, das hatte ich jetzt für so ein, ähm, wie nennt man das, ähm, diese Action-Events. Ne, diese, wo dann A springen stand, wo ich dann dachte, oh, das muss, muss ich jetzt in der nächsten Sekunde klicken. Das ist ein bisschen schwer, das irgendwie, äh, zu unterscheiden. Ja, okay. Ah, hier. Und hier musst du sie jetzt auch ein bisschen gedrückt halten. Das stand jetzt auch nicht dabei. Nur so einmal klicken mit X macht sie noch nix. Ähm, man muss sich so ein bisschen eingewöhnen, aber es ist schon sehr, man wird schon gleich mit reingeworfen in das Spiel. So was mag ich ja. Da ist man direkt richtig drin. Keine... Ich find's sehr schön, dass es auch sehr, ähm, das, ähm, erste Spiel von der Steuerung her angebunden ist. Ja. Natürlich hat man dann schon so ein bisschen den Vorteil, wenn man das, ähm, das Vorgängerspiel schon, äh, schon gespielt hat, dann hat man natürlich so ein bisschen die Idee, wie das funktioniert. Shit, Lara! Du verpasst mir noch nen Herzinfarkt! Bist du okay? Ja! Los, komm! Täusche ich mich, oder ist die Synchronsprecherin von Lara die Synchronsprecherin der, ähm, Katniss Everdeen aus, äh, Panem, Tribute von Panem? Könnte nicht sein. Müssen wir nochmal genauer hinwählen. Ja. Wie hieß denn nochmal die Schauspielerin? Äh, boah, ich bin mit Namen so schlecht. Ich bin schlecht. Hier können wir bleiben, wenn das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen, aber laut dem alten Pferden, Leser, gibt's wo Ihnen in diesen Bergen. Ach ja, was ich zu den Untertiteln sagen wollte? Ich komm, glaub, gar nicht dazu. Ähm, und zwar am Anfang dachte ich, oh nein, Untertitel, aber eigentlich finde ich das ziemlich cool für Leute, die zum Beispiel nicht gut hören können, ähm, oder komplett taub sind, ist das eine super Sache, also deswegen möchte ich die auch drin lassen. Das sollte uns reichen. Wir sind fast angekommen. Wer ist übrigens Trinity? Das werden wir noch ausfinden. Ja, die gab's in dem Vorgängerspiel halt nicht, ne? War nicht Trinity? Boah, guck ich euch das mal an. Geil. Ist schon eine Prosisynchron-Sprecherin. Hat sie das gemerkt, dass er sie jetzt angehört hat? Ja. Das geht doch nun gut. Oh Gott. Eieieiei. Man muss schon sehr lebensmüde sein für sowas. Muss ich warten, bis der hochkommt? Ne, ne, bitte, ich hab das schon. Nach rechts. Eieieiei. Also, liebe Leute, macht das beziehungsweise in der Realität nach. Ich glaube, ihr werdet schon wahrscheinlich tote, es sei denn, ihr seid voll die Computer-Profis. Die Computer-Wolle eher die Kletter-Profis. Ich glaube, wenn man da jetzt voll der Pro-Gamer ist, das nützt einem, glaube ich, hier nicht viel. Naja, wenn man gute Programmier-Skills hat und gut programmiert worden ist. Achso, ja gut, klar. Game-Realität. Oh, oh. Ähm, na, los geht's. Oh, komm schon. Ach, du Scheiße. Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da. Ich mach für dich ein Seil oben fest. Okay, ich geb dir etwas Seil. Alter, Vater. Man fühlt das so mit. Oh, du hast vergessen. Nee, ich hab gedrückt. Hm. Ich dachte, Jonas fängt sie auf, wenn sie da runterfällt. Das dachte ich eigentlich auch, aber hier, x, 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 x. Warte. Naja. Ei, ei, ei. Also wie ihr seht, man wird wirklich ins Wasser. Ins kalte Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes. Ins gefrorene Wasser. Boah. Wow. Oh, scheiße. Ah. Hab dich. Ich hab dich. Lara. Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf. Oh, fuck. Da. Da drüben. Schnell. Schwing mich zur anderen Seite. Okay. Hey, los geht's. Muss ich jetzt wirklich richtig schwingen, ja, ne? Wie auch im ersten Teil, als du das erste Mal da an der Fackeln hieß, kommt, oder? Nur ein Stück. Oh, nein, mal einer. Und ich hau drauf. Oh. Ah, das hat ja wunderbar funktioniert. Oh. 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 Das ist ja voll mein Spezialgebiet. Well, schnell, 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 Mädchen. Ich seh schon einen Ausweg. Oh, nein, nein, nein. Viel zu früh. Viel zu früh. Fuck. Oh Gott, okay, Entschuldigung, Leute, ich glaube, das wird noch gekriegt. Na gut, dass ich jetzt nicht alles neu machen muss. Aber wenn man das mal so sieht, so von einer Lawine fliehen, das ist ja wirklich, äh, eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, ne, meine ich? Ja, je nachdem, wie weit es entfernt ist, hast du also eine größte Chance, den Wald zu kommen. Oh, lecker, 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 Entschuldigung, ich bin Sahnen drin, da sagen wir das so. Spring! Ich hab doch gesch... Oh nein! Oh, also das ist echt hart, wow, also das ist härter als im ersten Teil, das muss ich schon sagen, ach du Scheiße. Ich will sehen, wie Kronkh das spielt. Komm, 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 komm! Ja, geh doch, bitte, bitte, bitte spring! Komm schon! Komm, Mädchen! Okay, also kein Mensch überlebt. Komm. Da bist du schon mit 50 Schädel-Hirn-Traumas irgendwie. Ich hab mir früher mal vorgestellt, wenn sowas passiert, dass dann der Bernardina mit seinem Alkoholfläschchen in den Hals kommt und dich rettet. Was? Bernardina wurden als Lawinensuchhunde eingesetzt, die hatten dann immer so ein Fässchen um den Kopf. Echt? Ja, zwei Wochen zuvor. Ja. 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 Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Äh, im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ich kenne dich. La! Ich bin's! Ella! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso ähn bist wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe etwas gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Das sieht mir aber irgendwie nicht nach Syrien aus. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld? Hier stimmt was nicht. Äh, das ist nur die ordentliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sieb. Oh, du sagst. Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Nein, nein, nein! Nein, nein. Nein, 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 nein Wow. Okay, und da werden wir in eine ganz andere Szene jetzt reingeworfen, von Eis. Ja, Notwestgrenze Syriens. Das finde ich ja cool. Ja, ja, wie auch immer die Gänge heißen. Da muss ich ja sagen, das finde ich sehr cool, denn man ist ja im vorigen Spiel wirklich nur auf dieser einen Insel begrenzt gewesen. Und da kam man ja nicht weg. Im Grunde ging es ja im vorigen Spiel darum, wie komme ich von der Insel weg. Das war erstmal die erste... Um es einfach klar auszudrücken, was wir hier eingebaut haben, ist eine Timeline versetzte. Ja, und eine viel größere Welt. Wie gesagt, das andere ist ja wirklich, hat ja nur auf dieser Insel gespielt, während das hier... Man weiß nicht, wo es überall hingehen könnte. Verstehst, wie ich meine? Auf jeden Fall war sie nicht unbedacht. Sie hat eine Knarre dabei. Kannst du die schon ziehen? Das ist ein Knicklicht. Nee, anscheinend nicht. Ich habe auch jetzt nichts gemacht. Das Knicklicht kam von selber. Das ist schon cool. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Der hatte recht. Sehr schön. Wir haben das Grab entdeckt und stehen jetzt hier und halten ein Knicklicht hoch. Wir sind doch leider jetzt schon angekommen. Am Ende der Folge, der ersten Folge von Tomb Raider. Ja. Ich bin gespannt, was Sie für ein Endscreen basteln. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv angetan. Das muss ich schon mal sagen. Dieses Spiel, das spielt sich schon mal sehr, sehr cool. Ich gucke mal eben, kann ich hier speichern? Naja, jedenfalls setzt es wirklich direkt auch hier zur Erwähnung an den ersten Teil an. Lara ist jetzt irgendwie ein Abenteuer losgekommen, nachdem sie als kleines unschuldiges Mädchen auf der Insel zur... Gestrandet ist, wirklich. Ja, gestrandet zur Grabröberin Tomb Raider wurde. Und tritt jetzt in die Buchstaben ihres Stats und verfolgt seinen Plan weiter. Ja, ich würde sagen, gucken wir einfach, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Und ich finde das, wie gesagt, sorry, ich muss das nochmal wehren. Ich finde das so toll, dass man hier direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Du bist wirklich... Du hast kein ewiges Tutorial, das dir sagt, jetzt drückst du bitte mal das und jetzt läufst du geradeaus. Mit R kannst du... Mit dem rechten Maus... Ne, mit dem rechten Joystick kannst du dich umsehen. Dass jeder, der mindestens ein Spiel gespielt hat in seinem Leben, weiß das. Deswegen, hier wirst du wirklich... Du kommst rein, du musst überleben. Das ist das, was Tomb Raider auch auszeichnet, war in allen Spielen bisher so. Genau. Alles klar, Leute, dann freuen wir uns, wenn wir euch wiedersehen in der nächsten Folge von... Bis dahin. Lara Croft's Tomb Raider. Bis dahin. Bye. Auf Wiedersehen.